Hello, ich bin Angela und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe vor einiger Zeit mal ein Paket von Paula's Choice zugeschickt bekommen. Das habe ich euch noch gar nicht erzählt, denn ich wollte zumindest einen Großteil der Produkte vorher testen und euch dann ein ganzes Video dazu drehen. Das sind alle Produkte, die ich zugeschickt bekommen habe und die ich euch heute auch zeigen werde. Das Perfect Cleansing Oil, das 2% BHA Liquid Peeling, das 20% Niacinamide Treatment, das Retinol und Bakuchiol Treatment, ich hoffe, ich spreche das hier richtig aus, die Ceramid Nachtcreme, den Lip & Body Balsam und den Hyaluronsäure- und Peptid Lippenbooster. Starten wir mal mit dem Perfect Cleansing Oil. Das Öl ist ein wasserfreier Reiniger, der Make-up und Schmutz sehr mild entfernen soll. Außerdem pflegt er die Haut mit pflanzlichen Inhaltsstoffen. Die Haut soll sich trotz der Ölbasis nach der Reinigung nicht fettig anfühlen, sondern weich und geschmeidig werden. Gesichtsreinigung ist ja der erste Schritt der Hautpflegeroutine morgens und abends. Und um den Reiniger zu benutzen, wird das Gesicht einfach mit lauwarmen Wasser befeuchtet und dann wird ein bisschen des Öls auf dem Gesicht verteilt mit den Fingerspitzen in kreisenden Bewegungen, auch rund um die Augen und danach wird das Ganze einfach gründlich abgewaschen. Das Öl hat eine sehr angenehme Konsistenz, finde ich. Es lässt sich gut einarbeiten, also es ist wirklich richtig schön ölig, nicht zu flüssig und auch nicht zu dickflüssig, könnte man sagen. Und es gleitet daher sehr gut über die Haut. Allerdings finde ich, dass das Runterwaschen seine Zeit dauert und ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen schwerer ist, alles easy wieder runter zu bekommen. Aber ansonsten mag ich das Öl sehr gerne. Dann zum Skin Perfecting 2% BHA Liquid Peeling. Auf meinem Kanal habe ich bereits ein Vergleichsvideo zwischen dem BHA von Colibri und dem von Paula's Choice gemacht. Das verlinke ich euch gerne mal oben und unten in der Infobox. Das Peeling soll gerade bei Mischhaut und fettiger Haut, die zu Unreinheiten und Mitessern neigt, richtig gute Ergebnisse erzielen. Die Flüssigkeit soll kaum spürbar sein und super schnell einziehen und außerdem dabei abgestorbene Hautzellen selbst aus den Poren entfernen. BHA, also Salicylsäure, hat außerdem entzündungshemmende Eigenschaften und vermindert Unreinheiten und Hautrötungen. Das Peeling könnt ihr direkt nach der Gesichtsreinigung benutzen. Auf der Website von Paula's Choice steht, dass man es auf ein Wattepad geben soll. Aber ich mache das meistens einfach, indem ich es in meine Hand gebe und dann im Gesicht verteile. Das geht einfacher und wir sparen uns auch ein Wattepad. Wimpernkranz und Augenlider sollen ausgespart werden, aber meinen Augenlidern zum Beispiel macht das auch gar nichts. Das Ganze wird auch nicht abgespült. Man sollte mit dem Peeling auf jeden Fall langsam anfangen und es erstmal nur jeden zweiten Tag auftragen und dann die Reaktion der Haut erstmal beobachten. Je nachdem, wie ihr das Ganze vertragt, könnt ihr das dann auch bis zu zweimal am Tag sogar anwenden. Ich benutze sowas aber immer nur abends. BHA an sich nutze ich sowieso relativ selten, jetzt wo meine Haut nicht mehr so am Ausrasten ist. Wenn ich aber Unreinheiten habe, kommt es auf jeden Fall wieder zum Einsatz. Und inzwischen nutze ich es sogar gegen meine schuppige Kopfhaut vor der Haarwäsche. Das geht nämlich richtig gut. Ich vertrage das BHA von Paula's Choice auch super und meine Haut reagiert auch nicht gereizt darauf. Dann kommen wir zum 20% Niacinamid-Treatment. Das soll eine ganz sichere und sehr hochwirksame Konzentration von eben 20% Niacinamid drin haben. Erweiterte Poren sollen eindeutig verfeinert werden. Es soll raue Hautgelätten und gegenverstopfte Poren und Unebenheiten entgegenwirken, damit man dann eine geschmeidige, strahlende und ebenere Haut hat. Das richtet sich vor allem an Hauttypen, die mit hartnäckigen Hautproblemen zu kämpfen haben und auch Sonnenschäden, aber grundsätzlich ist es geeignet für alle Hauttypen. Das hat so eine flüssige Gel-Textur und das kann theoretisch, wenn ihr euch daran gewöhnt habt, auch täglich verwendet werden. Außerdem könnt ihr das auch nach Belieben mit anderen Treatments kombinieren. Vergesst aber bitte nicht, morgens, wenn ihr das in der Morgenroutine benutzt, einen Sonnenschutz anzuwenden. Auch wenn das eine ziemlich hohe Konzentration von Niacinamid hat, habe ich es direkt gut vertragen und ich konnte es auch ohne Probleme in meine Routine integrieren. Es lässt sich richtig gut verteilen und gut mit allen meiner weiteren Cremes und Serien verbinden. Als nächstes haben wir das Retinol- und Bacotchol-Treatment. Das wurde speziell entwickelt, um das Auftreten feiner Linien und Fältchen zu reduzieren und die Festigkeit der Haut wiederherzustellen und außerdem noch, um einen ebenmäßigeren Torn zu erzielen. Neben den beiden Wirkstoffen, die ich euch eben schon vorgelesen habe, hat es eine starke Mischung aus Peptiden, die die Kollagenproduktion stimulieren. Dieses Bacotchol ist von Natur aus auch entzündungshemmend und sorgt auch dafür, dass die Haut Retinol besser vertragen soll. Außerdem soll es Retinol wohl auch wirksamer machen. Hier trägt man auch einfach eine kleine Menge auf das gereinigte Gesicht auf. Gerade am Anfang empfiehlt Paulos Choice, dieses Produkt nicht unbedingt mit AHA und BHA zu kombinieren. Wenn man es dann irgendwann gut verträgt, kann man das aber gerne machen. Dieses Treatment habe ich jetzt erst zweimal benutzt. Das eine Mal davon seht ihr gerade hier. Meine Haut ist echt gut damit zurechtgekommen. Ich hatte zwar anfangs ein bisschen Bedenken, aber alles ist gut gelaufen. Und es riecht viel angenehmer als andere Retinolprodukte und hat wirklich eine schöne samtige Textur, die angenehm aufzutragen ist. Wenn ihr generell empfindliche Haut habt, würde ich euch auch nicht empfehlen, so viele Wirkstoffe in einer Routine zu benutzen, sondern wirklich nur einen Wirkstoff pro Routine und dann langsam zu schauen, was die Haut an Kombinationen verträgt. Ich selbst lebe zwar oft noch nach dem Motto, was meine Haut inzwischen abkann, das nutze ich auch. Aber es kann dann natürlich auch mal sein, dass sich die Produkte nicht vertragen, es zu viel für die Haut ist oder ein Wirkstoff die Effektivität des anderen Wirkstoffs irgendwie abmildert. Finde ich übrigens sehr verwirrend, was man dazu teilweise liest. Angeblich passen zwei Wirkstoffe laut der einen Quelle gut zusammen, laut der anderen wieder nicht. Von daher eigentlich kombiniere ich eigentlich alles gerne mit Hyaluronsäure, da weiß ich, dass es funktioniert und auch in Ordnung ist. Kommen wir zur Ceramid Enriched Nachtcreme. Hier haben wir alle fünf Ceramide drin enthalten, die auf natürliche Weise in der Haut enthalten sind, um feine Linien und Fältchen zu reduzieren. Außerdem auch noch Retinol, um die Festigkeit zu verbessern und Vitamin C, um einen matten Teint wieder strahlen zu lassen. Diese Inhaltsstoffe sollen auch wichtig für den Wiederaufbau der natürlichen Schutzbarriere der Haut sein und sie dadurch gesünder und jünger aussehen lassen. Wir haben hier also etwas gegen Fältchen, einen pfalen Ton und Pigmentflecken. Dies sollte der letzte Schritt eurer Abendroutine sein und das Produkt eignet sich außerdem auch als Augencreme. Und an diese Creme musste sich meine Haut wirklich erstmal gewöhnen, ja. Ich hatte schon ein paar Hautirritationen davon nach den ersten Anwendungen und es brauchte seine Zeit. Aber inzwischen komme ich ganz gut damit klar. Der Geruch ist recht stark, die Creme ist dafür aber sehr ergiebig und man braucht wirklich nicht so viel. Und ich fand die Kombi aus Retinol und Vitamin C einfach mega toll. Dann haben wir noch den Lip & Body Balsam. Der soll spröde Lippen pflegen, aber auch andere trockene Hautpartien, zum Beispiel die Nagelhaut, Ellbogen, Knie oder Fersen zum Beispiel. Soll beruhigend und schützen sein und trockene, rissige und raue Stellen reduzieren. Das Produkt wird ganz einfach in die betroffenen Hautstellen einmassiert. Der Balsam ist auf jeden Fall sehr fest und sehr reichhaltig. Ich nutze ihn abends gerne auf den Lippen. Der riecht ganz mild, so ein bisschen wachsig, was ich ganz gut finde. Nur die Anwendung ist durch die Konsistenz, da er relativ hart ist, etwas mühselig. Denn man muss immer frisch gewaschene Hände haben, da man direkt mit den Fingern in dieses Döschen reingeht. Am besten geht es, wenn man mit der Rückseite des Fingernagels etwas herausnimmt. Ansonsten ist es echt schwer. Daher ist das Ganze für unterwegs eher ein bisschen unpraktisch. Zum Schluss haben wir noch den Hyaluronsäure- und Peptid-Lippenbooster. Soll die Lippen voller aussehen lassen und gut mit Feuchtigkeit versorgen. Hier sind sogenannte Hyaluronsäure-Füllkügelchen drin, die wie ein Schwamm wirken soll, der Feuchtigkeit bindet und ausdehnt, damit das Lippenvolumen auf lange Sicht erhöht wird. Fand ich sehr spannend. Hier ist außerdem auch der Wirkstoff Squalan drin, der auch dem Feuchtigkeitsverlust entgegenwirken soll und die Lippen zart und geschmeidig machen soll. Und dann noch Peptide, die helfen sollen, Fältchen zu reduzieren. Den Booster könnt ihr so oft benutzen, wie ihr möchtet. Dann habe ich auf der Website von Paula's Choice eben noch gelesen, dass man über den Booster tagsüber einen Lichtschutzfaktor auftragen soll. Ja, das habe ich noch gar nicht gemacht, ist mir aufgefallen. Ups. Auf jeden Fall liebe ich das Gefühl auf den Lippen. Es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Lip-Plamper. Das macht die Lippen optisch voll und als hätte man einfach ein bisschen Lipgloss drauf. Der Effekt bleibt zwar nicht ewig, aber es ist sehr schön, finde ich. Und dieser Applikator ist einfach so kühlend und so schön angenehm. Deswegen macht es mir richtig Spaß, den Booster zu benutzen. Sonnenschutzprodukt muss ich dann nochmal ergänzen. In meinem Paula's Choice Paket war übrigens auch noch das 2% BHA Body Spot Exfoliant. Das habe ich euch allerdings schon in meinem Reibeisenhaut Diary Nummer 2 gezeigt. Falls euch das Produkt also interessiert, verlinke ich euch das Video dazu gerne mal in der Infobox. Ihr findet sowieso alle Links zu den Produkten in der Infobox. Und in diesem seltenen Fall würde ich einen kleinen Anteil erhalten, falls ihr die Produkte über mich bestellt. Falls ihr euch also sowieso etwas gönnen möchtet oder noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, würde ich mich richtig doll freuen, wenn ihr über meinen Link bestellt. Danke schon mal! Das Video hat euch außerdem hoffentlich weitergeholfen und gut gefallen. Ich freue mich auf euer Feedback und euch bald wiederzusehen. Habt einen schönen Tag! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.